Im Zuge unserer Beitragsreihe Medienproduktion mit Linux haben wir von Taxido Computers ein Infinity Book Pro 13 zur Verfügung gestellt bekommen. Nach nun mehrmonatiger intensiver Nutzung des Notebooks möchten wir euch unseren Test natürlich auch nicht vorenthalten. Das Infinity Book Pro 13 besitzt ein relativ schlichtes, aber zeitloses Design. Die Haptik des Notebooks ist gut und der Klappenmechanismus ist sehr leichtgängig. Die Tastatur hat uns wirklich überrascht. Der Druckpunkt stimmt, der Tastenabstand ist komfortabel und die Tippgeräusche sind angenehm leise. So lassen sich auch längere Texte hervorragend verfassen. Neben der Hintergrundbeleuchtung besticht die Tastatur natürlich auch durch die zusätzliche Pinguin-Taste. Das Touchpad ist nicht besonders groß, dafür allerdings äußerst präzise. Selbst komplexere Multi-Touch-Gesten sind damit möglich. Eher durchschnittliche Qualität liefern die eingebauten Lautsprecher. Zugegeben erwartet man bei Notebooks keinen satten Bass, jedoch auch Podcasts und Hörbücher klingen zu dünn. Innerhalb des 1,3 Kilogramm schweren 13-Zoll-Gehäuses unseres Testgerätes schlummert ein Intel Core i7-Prozessor. Der Arbeitsspeicher beträgt 16 GB DDR4-RAM. Taxido-Computers bieten allerdings auch andere Hardware-Konfigurationen an. Das Infinity Book Pro 13 kann mit bis zu zwei Festplatten ausgestattet werden und bietet so definitiv ausreichend Speicherplatz. Unser Testgerät konnten wir selbst durch anspruchsvollste Aufgaben nicht an seine Leistungsgrenzen bringen. Ganz gleich ob 4K-Rendering, 3D-Modeling oder mehr Spor-Audioproduktion. Das Infinity Book Pro 13 ist ein echtes Arbeitstier. Taxido-Computers liefern das Infinity Book Pro 13 mit drei unterschiedlichen Distributionen aus zum einen Taxido Budgie, zum anderen Ubuntu 18.04 und OpenSUSE 15. Natürlich kann man sich das Infinity Book Pro 13 auch komplett ohne Linux oder sogar mit Windows liefern lassen. Auch mit der Zahl der Anschlüsse weist das Infinity Book Pro 13 zu glänzen. Neben einem Mini-Displayport, einem HDMI-Port und mehreren USB-Anschlüssen befindet sich auch ein USB-C-Port mit an Bord. Dieser beherrscht nicht nur USB 3.1, sondern auch Thunderbolt 3 sowie Displayport. Kurzum, wir sind begeistert vom Infinity Book Pro 13. Das Notebook hat selbst unsere sehr hohen Erwartungen erfüllen können. Das Infinity Book Pro 13 ist definitiv die Alternative zu einem MacBook. Vor allem für jene, die im Bereich der Medienproduktion tätig sind. Ganz gleich ob Bild- oder Grafikbearbeitung, Video-Editing oder Audio-Produktion. Das Infinity Book Pro ist ein unglaublich leistungsfähiges Notebook, welches vor allem professionelle Anwender sehr zufriedenstellen wird.